Hasta la bon, Doppelreis-Muchachos, Piesel, Nüssel, Kraulen, Super Sawade, dass ihr am Start seid und wir zocken auf wieder eine richtig geile Runde. Rainbow Six Siege, Ranked of Oregon heute, zusammen mit Knickknack, Bossa, Hallöchen, Hasemi, Toyota, Mitsubishi, Tamagotchi. Ja, wir sind beide im Platinum, auch nicht an der Grenze, sondern schon ein bisschen weiter oben. Ja. Und die Spiele werden immer härter. Es wird immer schwieriger und jetzt zocken wir auf Oregon, eigentlich eine geile Map, aber ich sag mal so, ist jetzt bei uns noch nicht so fest drin. Ja. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht einfach werden, aber wir strengen uns an. So, Laundry Room passt. Rook, ich werde wieder diesen Raus-Bitch-Versuch wagen. Seit dem Update habe ich bei Laundry Room keinen Plan, was ich zocken soll. Äh. Könnt es nach oben gehen? Oh. Oh, komm her. Oh, komm her. What? Free Merch, guys. Doobie, doobie, doobie im Reiß. Aber auch das ist wieder ein bisschen random, muss ich sagen, was ich für ein Cover gepickt habe. Ja, kann ich verstehen. Gut, wir schauen, was wir machen können. Ich werde trotzdem nach oben gehen. Wie du sagtest. Ja, gönn dir. Wer dann guckt, ob ich mir eine Intrugation holen kann. Ich wünsche es dir. Oder drei. Wobei natürlich, je häufig der Fall ist, dass sie von, von, ähm, Baustelle aus angreifen. Ja, das würde ich sehr begrüßen. Ja. Da wird es natürlich mit dem Intrugationen schwierig, ne? Schwieriger, ja. Da wird es schwierig. Deine Rotation hin in Big Town. Oh. Okay. Und. Let's see, wo sie sind. Werde ich gemarkert? Oh, ich glaube, ich hätte immer. Ja, ich wurde gespottet. Von hinten. Leute! Stairs. Finka schon unten. Finka und Stairs. Northside. Digga, ey. Oh. Ey, wir haben vier Roamer, digga. Vier. Sehr schön. Okay, Nomad hab ich. Ja, geh da runter. Oh. Da ist die Finka auf jeden Fall noch. Ich hör auch was. Oh, nee. Hast du dich gesehen? Doch, aber rechts hat er mir die Tür eingeschlagen. Gesehen hab ich ihn nicht, ne. Ich hab übertrieben seine Füße gesehen. Ey, aber ganz ehrlich, viel zu viele Roamer. Too much Roamer, guys. Ja, stimmt. Jäger war auch Roamer. Ja, wir hatten vier Roamer. Ne, drei Roamer hatten wir. Jäger war, ja, bei den anderen Bomben, die konnten eiskalten Northstairs langgehen. Jäger. Lol. Das war richtig schlecht. Ich meine, ich hab links was gehört, aber ich dachte, er wäre links noch die Treppen runter. Und ich pushe und dann schlägt die rechts über die Tür ein. Fuck. Okay. Ja, und wo er gerade hinzieht, da bin ich gestorben. Da liegt mal ne Leiche. Oh. Alter, das war aber auch... Hm, schwierig. Aber gegen zwei. Ja, still possible, Bro. Hinten, glaub ich, hinten. Aber er spielt... Er spielt relativ aggressiv. Oh. 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 Injured, lol. Alter, well played Er hat den eiskalten Injured Okay, not bad, not bad Muss ich sagen Ich war ein bisschen pessimistisch, ich hätte nicht gedacht, dass er das macht Ich auch nicht Ich habe aber auch nicht mitbekommen, dass einer Injured war von denen Hat er anscheinend da rein sprayen Injured bekommen, sehr schön, okay Schöne, nicht schöne Runde, aber Ich habe einen Kill und wir haben es gewonnen am Ende So, jetzt gehen wir nach oben Dann nehme ich Doc Dann nehme ich Pulse Oh, aber Pulse mit OMP Ah, nicht verpackt dann Und Angled Grip, meinten die Leute, wäre geiler Schauen wir mal Haut mal in die Kommentare, Buchlachos Was sagt ihr zur P90 Kann man die überhaupt zocken Oder ist die wirklich so viel schlechter als die MP5 Dass er keinen Sinn macht Ich sag mal ehrlich jetzt Ich sag mal ehrlich jetzt Also ich zocke in Modern Warfare die P90 ziemlich gerne Also in Warzone Da ist sie schon ganz sweet Okay, da Anyone with contact grenades for rotation Hallo Sieht schlecht aus, ne? Hat keiner GG, ey Ja, wird das schwierig Da sieht man schon mal wieder die gehobenen Platin-Strets hier Sehr, sehr gegring, ja Wenn er die Füße zerschießen kann Okay, jetzt muss ich mit drei Magazinen klarkommen Hast du so viel schon verballert? Ich habe drei Magazinen in eine Wand reingeballert Um dann ins Löchlein zu machen Ja, at Big Tower, I think Also Main Window ist was anscheinend Und da am Fenster wurde auch reingeschossen Hier schießt glaube ich irgendwas Hier auf der Seite Direction Big Tower Ich glaube über Versammlungshalle ist schon was Hätte er kurz einen Ausschlag Hier ist auf jeden Fall was Warte Da in dem Raum Ja hier, direkt hier hinter Hier Live Ping So, wo ist der letzte? So, ich checke mal eben hier Wow Okay, da ist er West He dropped down Nice Ich habe nichts gemacht Außer eine Heal Aber obwohl es am Anfang ein bisschen Ein bisschen bedrohlich aussah Muss ich sagen Ist am Ende kein Arsch auch nur in die Nähe vom Spot gekommen Ja, war ganz gut, ne? Okay, was wollen wir? Kitchen Meeting? Kitchen Dining Ich würde sagen Kitchen Dining, oder? Puh Ja Was könnte denn da geil sein? Ich überlege gerade Warmei könnte nicht schlecht sein Frost vielleicht? Goyo Goyo könnte auch gehen Ich glaube ich nehme Warmei Okay Frost ist auch nicht schlecht, finde ich hier Ich mache Warmei hier Nein Wie darfst du den Job holen? So, Nummer 1, wir haben Und eine Nummer 2, hallo? Ja Habe ich, hallo? So, hier Nummer 1 Brauchst du hier nochmal? Das war's wohl, ciao! Schneiden geholt? Nice Ja Ist der in die Froststab rein, irgendwie? Ja Okay, Jäger hat irgendwo auf Schnauze bekommen Oben anscheinend Wo sind die Kackstelzen? Kackstelzen Okay, Südseite ist was? Okay Ein Window? Ja Widget geht raus Und ist tot Gemheit ist da Oben läuft was rum, hier Wow, Ash ist hier Habe ich? Nice, good job Habe ich? Nochmal, good job Letzter draußen Draußen Westseite Wo? Da in dem Fenster, wo du jetzt hintamst Auf den Blackbeard, den kleinen Ficker Good job, Marvin Danke, danke Das lief, äh, lecker Ace, ich glaube es war vor Vier, du hattest ja schon ein, ne? Okay Okay Well, well, well played, muchachos Ich würde sagen, Marvin hat die Frost in sich Ja Digga, Frost läuft so gut, Alter Läuft immer so gut Ich nehme dann zur Sicherheit Maverick mit Sehr gut Oh, 3-0 steht's Wir können das Ding schon banden jetzt, Alter Das wäre ja meist, Alter Und das auf der Platin, Elo Jetzt nochmal ein Vorkill für Papa Das wäre doch angenehm Würde ich, würde ich nehmen, Alter Würde ich nehmen Okay, sind die Kackstelzen unten? Ist wahrscheinlich, ne? Ne, oben Hast du dich gesehen? Ehrlich? Upstairs Falls, oder was? Dann gehe ich in Armory rein Dann gehe ich in Big Tower rein Oh, hier ist sogar Electrified im Big Tower Da könnte man mich also gebrauchen Die Banner ist nicht hier gespawnt Ne, die Banner ist bei mir Street Könnte natürlich sein, dass die Banner im Schlafzimmer reingehen will Und da noch Hilfe von mir braucht Die Banner, where do you want to breach? Okay, antwortet nicht Glauben wir mal Hallo? Hallo, anyone? Childs Bedroom Okay, Kite ist in der Ecke beim Childs Guamai und Lesion sind da im Spot Alter, wir kriegen sie auf die Mütze Hm, was können wir machen? Konnte leider nichts machen, meine beiden Grenades wurden abgefangen Hier sind zwei Leute Wo? Bei dir? Über Meeting Hall Irgendwer im Big Tower Irgendwer ist auf jeden Fall Big Tower oben Big Tower oben ist einer Wann ist im Big Tower upstairs? Ist der schon down, der Jäger? Ne, ne? Fuck ey, was mache ich denn hier? Digga, ich hab auch so, ich kann nichts machen eigentlich Hier ist der Jäger Läger hier Ich muss irgendwo reingehen, ich weiß noch nicht wie Ich auch nicht Ja, jetzt wird's immer enger Nein, lieber Ross Gut Soll ich nicht wissen Na, da oben, fuck Alter, die Runde haben wir aber richtig hart verkackt Ja, leider war auch ziemlich viel Tod am Anfang Wir hätten irgendwie Ich weiß nicht Eigentlich hätte man gut vom Schlafzimmer aus angreifen können Weil es waren drei Leute Waren auf der Kinderzimmerseite Und einer war Frost war im Big Tower Also eigentlich hätten wir vom Schlafzimmer aus angreifen müssen Mit Hibana Von dem Master Bedroom Ja Ja, da hatten wir aber Banditscheiße Konnte sie nicht weg machen Ja, deswegen hatte ich sie ja gefragt Wo sie angreifen will Hat sie nicht Ja, man hat ja auch mal einen Call geben können So, ich nehme aber nochmal Ash War eigentlich ganz geil Aber ich wusste aber nicht, dass wir Frost hatten Ey, bis zum Ende war die nicht aufgedeckt Okay, wo werden sie hingehen Nach unten Auf jeden Fall nach unten Ich nehme nochmal Mavic mit, ja Jetzt, jetzt Nochmal wieder Lol Okay, das heißt, er hat sogar versucht Mit uns zu kommunizieren Über einen Voice Chat Aber man hört ihn nicht Puh, schade Aber da waren wir nicht Ja, ja, naja Einen Punkt kann man ihm geben Ja Aber ich habe auch schon wieder keinen Kill bekommen Dann bin ich mit einem Kill unterwegs Oh Hallo Geben Sie mir ein kleine Erfolgserlebnis, bitte Ich bin dankbar für alles Ich nehme auch Support Wo bist du? Sind die überhaupt unten? Ja Nein Falsche Seite Jetzt bin ich allein nicht, oder was? Rüberkommen Okay, da wird auf jeden Fall auch hingeaimt Oh, da ist ein Mira-Window Okay, ich müsste nach links rüberkommen Oh, war Mais Oh, fuck, war Mais, Sonne Meine Drohne ist down Kommst du noch, oder? Ja, bin gerade unterwegs Okay Okay, wie schaut es da aus? Nicht so gut Meine Drohne War Mais war gerade rechts irgendwo im Raum Ja, ist immer noch rechts im Raum Oh, fuck Und die haben Mira-Window gerade ausrechnen Eigentlich musst du da ne Bissl hinter den Boah, Hilfe, kannst du mich supporten? Notfall? Ja Ja, ich bin da Ja, schon wieder Fuck, ey Oder? Wir können nichts machen hier Ich kann auch nicht zurückgehen Kannst du Feuerschutz oder so? Ich muss zurückrechnen Ja, ich schieß drauf Warte Drei, zwei, eins Okay, gehen wir hier rein? Hast du noch ne Cam? Nope Okay Da ist der Bandit Wo? Oh, ist der aus? Oben oder unten ist jetzt die Frage Oh, oben also Okay Ich hab zumindest ein Dessis bekommen Ich hab doch gesagt, ich nehm alles Ja, ist auf jeden Fall Action Na, da kann ich nicht hingehen eigentlich, ey Eigentlich nicht So, was war das, Alter? Wieder verklickt Jenga, was soll ich hier machen? Mach mal ein bisschen Action da Die Bahn abpischt gerade von der anderen Seite Oh mein Gott, war schlecht Oh lol, scheiße Nein, links auch noch Digga, der war die ganze Zeit da, ne? Der war Mai Okay, den hätte ich Ah, Junge Wir kriegen echt im Angriff hier nichts geschissen, ey War Mai die ganze Zeit hier gewesen, ey Aber die Mira hätte ich bekommen müssen Schade, ey Banner war aber auch schon auf Mira drauf Alter, gerade angefangen zu schießen Wurde dann auch von rechts weggeholt Ja, der war Mai Er hat sich da gut versteckt, ey Kleiner Camper Camper Snitch Entweder Meeting Hall oder das andere Wir bräuchten ein Termite und ein Maverick eigentlich Ja, nehm ich mit Alter, was haben wir für ein Angriffsteam? Okay Die sterben einfach Insta, Digga Ja, das ist ehrlich Dabei haben sie eigentlich in der Verteidigung wieder so gut gearbeitet, ey Und im Angriff Aber ich meine, bei mir ist auch scheiße Aber mir ist die ganze Zeit schon scheiße Ich bin wenigstens konstant schlicht Sprachen lernen Bubble Okay, das letzte Ding müssen wir holen Meeting Hall sind sie Hier wollen wir angreifen? Ja, Kitchen Meeting Hall Ich würde sagen, wir greifen so an Wie sie mich angreifen wollten Wo ich sie eben weggekackt habe Dann können wir nämlich von oben Vom Dach aus gut reingehen Das wäre dann Junkie hat Vom Dach gut Die sind nicht in Kitchen, ne? Das sind sie nicht? Nicht in Eating Room, in Kitchen Achso, okay Ja, dann Big Tower Würde ich auch sagen, ja Ja, mal erstmal Big Tower rein Und dann Richtig reinlunzen, oder? Ja Big Tower upstairs ist clear Lesion ist on ping Rotating down Lesion on stairs Tower stairs Big Tower stairs Nice, good job Ja, sehr gut Big Tower Big Tower ist clear Was ist mit Basement? Weiß ja nicht, muss ich selber drohen Kann jemand checken Basement? Ich will breachen, jemand checken Okay Sehr gut Okay, wir müssen breachen, nice one Wo? Ja Ich, 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 drone kurz Hä, wo? Wo ist der letzte? Wissen wir nicht, du kannst breach, äh, planten Marvin Wir sind on spot, vielleicht Kitchen Planting, planting, planting Hä? Ach, von da, von der Seite Ich dachte, dass die Ash Ich hab noch einen Kill Willkommen, der letzte Kill des Games Immerhin irgendwas Alter Schwede Das war aber bis dahin echt gut gemacht Die Runde Angriff haben wir sehr gut zusammengespielt Das hat auch funktioniert diesmal Ja Oh, so ein Glück, Alter Marvin sogar als MVP am Start Sehr schön GG Platinum 2 Hatten wir sogar ein Gegnerteam Das war aber wieder ein bisschen Boost mäßig, ne? Einen unranked und dafür Platin 2 dabei Ja Aber hat der gut funktioniert? Es hat zum Glück geklappt 27% Eiferpack Ja No Marvin schon, Muchachos In die Kommentare Hashtag Frostbosser Wenn's euch gefallen hat Scheppert den Daumen nach oben Checkt die Beschreibung aus Link zu Instant Gaming Und Link zu Twitch Gerade 6 Tage die Woche am Livestream Schaut rein Bis zum nächsten Mal reingauen Bye